Schlacht eingreifen können, beziehungsweise soviel hat er ja auch nicht, das ist, denke ich, auf jeden Fall machbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, passt. So, der geht darüber, alles klar soweit, ja. Nenn Sie den Feindherr! Wir schicken Sie in die Hölle! Marschiert! Oh, hat er geschafft! Sehr schön! Ausgezeichnet! Zweifrömmigkeit gleich dazu bekommen, ja, war auch ein harter Brocken, um den wegzuwandeln. So, dann war das, denke ich, auch soweit klar. Schauen wir mal sorgenvoll auf die Uhr, noch 20 Runden. Ja, dann teil mal. Naja, das war natürlich jetzt irgendwie absehbar. Ha, eine Riesenarmee nach der anderen. So, was haben wir denn da Feines? Da haben wir den Papst mal wieder. Mal gucken, was er alles so mitbringt. Nicht wenig. Wieder diese nervigen Armbrustschützen. Kann man ja mal... Was, was hat der bitte dabei? Notorischer Berserker. Das ist ja schön. Ja. Hm. Hm. Unangenehm. Was hat der Papst überhaupt so eine Riesenarmee? Machen wir einfach mal selber. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Sieh, Männer. Das ist interessant. Brief an König Guy. Nur denn. So, da, was ist das? Achso. Ja, der Belagerungsexperte war noch nie in seinem Leben der Belagerung gekämpft. Das macht sich jetzt natürlich ein bisschen bemerkbar. Oh, nein, 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 nein. Genau. Genau, das ist dann schon eher, was wir haben wollen. Äh. Und das... Der schöne Flatsch da in der Mitte. Das ist ja lustig. Ich möchte eigentlich auch ungern näher ran. Und im Endeffekt, weil... Das nämlich diverse Probleme nach sich ziehen würde. Die ich nicht habe. Möchte. Nämlich zum Bleistift. Diese unangenehmen Türme, die dann auf mich schießen. So, und da kommen sie. Und es sind viele. Ja, ich sehe schon. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe, was jetzt passiert. Ich kriege von den Türmen drauf, aber wie? Und Rorschel ist hier auch nicht wirklich. Das ist mir etwas zu haarig. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Also schicken wir die ganze Fernkampfabteilung noch ein bisschen nach vorne. Die dürfen also durch Aussehe wüten. Ansonsten lassen wir uns aber mal eher zurückfallen. Da kommt die Verstärkung. Und so wirklich effektiv ist das jetzt auch nicht. Unsere Männer werden eingegriffen. Wir müssen sofort handeln. Und ich werde auch schon immer noch beschossen. Ja, das ist wahrscheinlich auch von dem seinen Fernkämpfern, die er dabei hat. Das sind ja auch einige. Aber so, dann muss man wieder ein bisschen mit der Kavallerie auch. Äh, Jungs, Plänkler-Modus. Habt ihr gar nicht an. Ist ja schön. So, man sollte ja meinen, dass so eine riesige Kavallerie-Armee eigentlich in der Lage ist, die da platt zu machen. Das sind aber, glaube ich, genau die erfahrenen Speerviecher, die er da hatte. Oh, das ist brutal hier. Da wollen wir nicht angreifen. Hm, hm. Die möchten wir gerne totschießen, wenn's geht. Die lassen sich nicht vertreiben. Glaubst du's denn? Es ist noch 15 Mann gerade mal übrig. Religiöse Fanatiker. Ja, wenn die gesamte Armee vom Papst sich so schlägt wie die hier, dann wird das nichts mehr. Immerhin fliehen sie jetzt. Was mir gerade mal so auffällt, da kommt so einiges an. Armbrustschützen, Garde. Können wir da reinrushen? Was mit der Garde ist natürlich schlimm. Versuchen wir's mal wieder mit einem Kavallerieangriff a la Joachim Mürra. Also aus der Kategorie einfach alles drauf und mal hoffen, dass es klappt. Wow. Da will's die febstliche Garde jetzt aber wissen. Es ist so unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Stadt, die in einem würdigen Sieg. Die schießen, wenn sie im Nahkampf sind. Ja, das ist ja schön. Unsere Männer werden angegriffen. Der feindliche General hat keine Ehre. Er fliegt vom Schlachtfeld und lässt seine Männer im Stich. Das ist wahrscheinlich aber eher hier der General. Was knallt denn da so? Es hat sich bald angehört, wie hart der Lage geht. Die Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Und jetzt kommen wir hier natürlich in die Flanke gelaufen. Das ist ziemlich bitter. Was macht er hier? Das habe ich aber nicht befolgen. Das ist wieder die geniale Wegfindung dieses Spiels hier, die wir hier gerade live erleben dürfen. Ach, Jungs. Ja, aber hier ging die Armee schaut es tatsächlich nicht so schlecht aus. Es ist doch nach wie vor mal wieder alles sehr verworren. Wahrscheinlich macht der Fernkampf doch ein bisschen was aus. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir hier schwerst in den Rücken marschiert. Und zwar richtig schlimm. Diese Papstgeist sind wirklich harte Burschen. Was macht ihr denn hier vorne? Das ist aber nicht Teil des Plans. Ja, diese pfebstliche Garde, das ist... Ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen mehr als die Hälfte meiner Männer verloren. Kann mich da natürlich auch täuschen. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Mörser? Mhm. Ja, das ist ja hervorragend. Okay, ich wollte schon gerade sagen, kann doch nicht sein. Ich habe doch nur einen General. Mehr als einen kann ich nicht verlieren. Und der ist nun mal schon tot. Das Blöde ist, die kämpfen bis zum Tod. Die wollen immer noch nicht fliehen. Naja, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, die Reizleibwache hat eine Menge Boden gut gemacht. Und der Feind hat nicht mehr den Mut zu kämpfen. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Und die Firmen, die noch leben, die können jetzt sogar... Nein, 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 das beenden wir gerade mal. Uiuiui. Oh, was die gesamte Armee aufgeraucht bei dem Versuch. Nun kommen. Gefangene hinrichten. Ausrauben. Ja, und schon haben wir eine Stadt mehr. Ausgezeichnet, hat doch gut geklappt. Auch wenn zu einem ziemlich hohen Preis. Maschinen, die fliegen. Achter Leonardo. Leonardo da Vinci, ein italienischer Vordenker, berühmt für seine revolutionellen Kunstwerke und geistreichen Erfindungen, hat die ehrgeizigste und unheimlichste Konstruktion erdacht. Seine Faszination für die Lehre des Fliegens gipfelt im Entwurf des Ornstein.